Hi, schön dass du dabei bist. Heute habe ich auf jeden Fall einen Kreativmonus ein XP-Glicht für dich vor. Ich will dir auf jeden Fall zeigen, wie du dich hochleveln kannst und damit fangen wir auf jeden Fall jetzt an. Bleib auf jeden Fall dran. So, wir gehen in den Kreativmonus, gebt den Code ein, den ich euch jetzt einmal hier vorzeige. Den einmal geben wir ein und dann warten wir bis das Spiel startet. In der Zeit, wo das Spiel startet, oben rechts, ihr könnt noch 1000 V-Bucks bekommen oder halt den Battle Pass, wer gerne mitmachen will, oben drauf klicken. Es gibt auf jeden Fall 1000 V-Bucks gratis. So, jetzt versuchen wir mal einmal kurz das Warten bis die Map startet. Ihr könnt auch gerne meinen Kreativmonus aktivieren, den zeige ich euch auch einmal vor, IRB. Darüber werde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. So, gucken wir mal, musst du jetzt gleich das Spiel anfangen. So, da sind wir auch schon. So, ich klicke schon direkt auch auf Start, damit wir direkt loslegen. So, jetzt sind wir schon auf dem Map. So, als erstes laufen wir auf jeden Fall so den XP-Button. Einmal hier rüber laufen, einmal das kurz weg machen. IRB, nochmal, hat das nicht funktioniert. Einmal kurz weg machen, IRB, alles groß eingeben und auf jeden Fall akzeptieren. Sonst geht ihr kein XP-Boost. Mit dieser Methode könnt ihr auf jeden Fall euer XP ein bisschen boosten. Das hat bei mir auf jeden Fall sehr funktioniert. Das werde ich euch jetzt auch mit diesem Video zeigen. So, schaut mal zu. Wir laufen einmal zum Tresor, bauen hier Boden, noch einen Boden und hier auch einen Boden. Und jetzt achtet mal, ich leuchte gleich blau. Das heißt, wenn ich blau leuchte, einfach hier in dem Bereich irgendeinen Tanz machen. Und dann fängt er boosten an. Es ist jetzt gerade mal wenig, es ist nur der Anfang, aber es spielt keine Rolle, denn das wird immer gleich mehr. So, jetzt laufen wir einmal rüber bis zu dieser Wand da vorne. So, ich sehe, jetzt wird immer mehr, aber das wird noch eine Zeit noch mehr. So, wir laufen jetzt einmal hier hinten. So, dann suche ich mich hier kurz und hier muss irgendwann versteckter Button sein. Dann versuche ich hier zu finden. Da war er auch schon. Achten wir mal kurz, wo ist der? Okay, so, da. Diesen Button einmal aktivieren und schaut mal zu, was gleich nochmal passiert. So, ich gehe kurz zurück. Jetzt seht ihr, 1300. Ist es auf jeden Fall enorm viel mehr geworden. Jetzt warte ich bis zu ein paar Minuten, damit ich zeige, wie das noch mehr werden kann. Ich laufe mich ein bisschen, bewege mich ein bisschen. Seht ihr mal, 2500 auf einmal. So, einfach nur in Bewegung bleiben, weil wenn ihr in Bewegung bleibt, steigt das immer weiter nach vor oben. Seht ihr mal, 1900, 3900. So, jetzt achtet mal 4000 und gleich musst du wahrscheinlich 5000 auf einmal kommen. Setze ich auf 5000 und verdiene 20.000 EP in diesem Map. Steht auch noch dabei. Jetzt habe ich 5000, 7000 und so weiter. Das geht auf jeden Fall enorm weiter so. Ihr müsst einfach nur in Bewegung bleiben. Damit kriegt ihr auf jeden Fall enorm viel XP. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniere diesen Kanal für weitere Videos, die ich hochladen werde. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.